Beim BASF Verbundstandort Ludwigshafen handelt es um das größte Zusammenhänge Chemiearjal der Welt im Besitz eines Unternehmens. Um die hohe Verfügbarkeit unserer Anlagen zu gewährleisten, müssen wir die Motoren in allen Bauformen und Ex-Varianten, die wir am Standort einsetzen, verfügbar haben, um die Anlagenproduktion am Laufen zu halten. Die Herausforderung war, gemeinsam mit unserem Partner Siemens ein Konzept zu entwickeln, ein Motorenlager mit kompletter Logistik aus dem Nichts auf die Beine zu stellen und dies innerhalb kürzester Zeit. Ich als Betriebsbeauftragter der Siemens AG betreue die BASF in Ludwigshafen seit vielen Jahren und freue mich sehr, dass wir zusammen mit unserem Partner ASF in Nürstadt dieses beeindruckende Motorenlager errichten konnten. Die ca. 2100 explosionsgeschützten Niederspannungsmotoren von 0,18 bis 250 kW in den Varianten druckfest und erhöhte Sicherheit für die Chemieindustrie sind in einer beheizten Halle mit der Grundfläche von 500 Quadratmetern und über 1000 Stellplätzen eingelagert. Die Anforderung an die Logistiklösung waren natürlich einmal die schnellen Lieferzeiten der Motoren, eine hohe Verfügbarkeit und die dauerhafte Einsatzbereitschaft 24-7, die Motoren zur Verfügung zu stellen, auszuliefern. So können wir die Anlagenverfügbarkeit und die Prozesssicherheit gewährleisten. Die konkreten Anforderungen war der Aufbau und Betrieb eines Lagers mit täglichen Auslieferungen und ein Umschlag von monatlich rund 150 Motoren für geplante Wartungen, prozessbedingte Umstellungen und Modernisierung. Wir bieten eine 24-Stunden-Bereitschaft 365 Tage im Jahr an und liefern im Notfall den passenden Motor innerhalb von drei Stunden. Insgesamt sind im Werk BASF rund 100.000 Motoren in Betrieb. Die Vorteile für uns sind kurze Reaktionszeiten, über 2000 sofort verfügbare Motoren, kompetente Partner vor Ort und keine eigene Kapitalbindung. Mit Siemens und ASF haben wir zwei starke, flexible Partner an unserer Seite, um die Versorgung sicherzustellen. Dank der engen Verzahnung, intern wie extern, wird ein schneller, effizienter und sicherer Prozess gewährleistet. Ich bin begeistert von dem, was wir erreicht haben und freue mich sehr auf die Zukunft zusammen mit unseren Geschäftspartnern.